Hi, ich bin Sierra und ich habe einen echt üblen Zustand entwickelt, der mein Leben komplett ruiniert hat. Aber bevor ich anfange, stelle sicher, dass du die Like- und Abonnieren-Taste drückst, sonst riecht nachher dein ganzes Zimmer so schlecht wie ich. Nun, ich will nicht überheblich klingen, wenn ich das sage, aber ich bin hübsch. Und zwar wirklich, wirklich hübsch. Das wusste ich schon, als ich in die Schule kam. Meine Mutter nahm mit mir an Schönheitswettbewerben teil, seit ich fünf war. Und ich habe fast alle gewonnen. Aber in der Schule gab es dieses Mädchen namens Monika, die die Anführerin der Mädchen war und sie war nicht gerade sehr nett. Sie war wunderschön und gefährlich. Ehrlich gesagt, ich hatte Angst vor ihr. Aber jahrelang sah ich, wie sie die Leute, die sie nicht mochte, behandelte und erniedrigte. Also wusste ich, dass ich mich auf ihre Seite schlagen musste. Ich machte mich mit ihr über andere Leute lustig. Ich half ihr, den Sonderlingen unserer Klasse Streiche zu spielen. Und als wir in die Mittelstufe kamen, habe ich noch schlimmere Dinge mit ihr gemacht. Wir versteckten die Klamotten anderer Mädchen, wenn sie sich für den Sportunterricht umzogen. Wir verbreiteten Gerüchte über Mädchen, die in beliebte Jungs verknallt waren. Einmal haben wir auf diesem armen Mädchen, Audrey, herumgehackt. Eigentlich hatte ich kein Problem mit Audrey. Ich fand sie sehr schlau und nett. Aber Monika hasste sie. Also musste ich den Streich mit ihr durchziehen. Wir sagten ihr, dass einer der beliebten Jungen sie mochte und sie ihn bitten sollte, mit ihr zum Schulball zu gehen. Als sie den Jungen vor allen Leuten fragte, lachte er ihr ins Gesicht. Sie rannte weinend aus dem Raum. Alle lachten über sie. Auch ich. Aber innerlich fühlte ich mich wirklich traurig. Wie konnte ich ihr das nur antun? Danach versuchte ich, zu Audrey zu gehen und mit ihr zu reden, aber ich konnte mich nicht dazu überwinden. Ich schämte mich so sehr, dass ich mitgemacht hatte. Ein paar Wochen lang fühlte ich mich schrecklich deswegen. Als ich in der siebten Klasse war, fragten alle möglichen Typen nach meiner Nummer. Und sogar einige Achtklässler zwinkerten mir auf dem Flur zu. Aber es gab nur einen, für den ich mich interessierte. Micha. Er war ein großer und gut aussehender Skateboarder und er hatte wirklich alles, was ich mir von einem Jungen erträumte. Und eines Freitagnachmittags fragte er mich, ob ich am Samstag mit ihm und seinen Freunden auf eine Party gehen wolle. Ich blieb cool und sagte ihm, dass ich da sein würde. Aber innerlich war ich total aus dem Häuschen. Ich wollte ein Rückwärtssalto machen. Ich wollte ein Feuerwerk abschießen, das Ja buchstabierte. An diesem Abend machte ich Musik an und tanzte durch mein Zimmer, während ich mein Outfit aussuchte. Ich dachte, dass der Samstag der beste Tag meines Lebens werden würde. Ich würde zu meiner allerersten Party gehen und Micha küssen. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, fühlte ich, dass etwas nicht stimmte. Mein ganzes Zimmer roch nach verfaultem Fisch. Sobald ich die Augen öffnete, setzte ich mich auf und wirkte bei dem Gestank. Es war so schlimm, dass ich dachte, meine Katze müsse ein totes Tier oder so reingeschleppt haben. Ich sah unter dem Bett nach, im Schrank und unter all meinen Kleidern auf dem Boden, um die Ursache des Gestanks zu finden. Aber da war nichts. Dann ging ich in den Flur, um meine Mutter um Hilfe zu bitten. Ich schwöre, es schien, als ob der Geruch mich verfolgte. Er war so tief in meiner Nase, dass ich das Gefühl hatte, ich würde ihn nie wieder herausbekommen. Als meine Mutter ins Zimmer kam, sah sie aus, als müsste sie kotzen. Sie half mir beim Suchen, aber keine von uns konnte die Quelle des Geruchs finden. Meine Mutter dachte, ein armes Tier hätte sich in den Leitungen oder so verfangen. Ich ging duschen, um sicherzugehen, dass der Geruch nicht in meinen Haaren oder so war. Trotz des seltsamen Vorfalls summte und sang ich, super aufgeregt, auf die Party an diesem Abend. Aber als ich aus der Dusche kam, konnte ich es immer noch riechen. Der ganze Raum hätte nach Rosen und Flieder riechen sollen, aber es roch nach verfaultem, ekelerregendem Fisch. Als ich die Arme hob, um mir die Haare hochzustecken, war es noch schlimmer. Es war so schlimm, dass ich das Gefühl hatte, ich würde ohnmächtig. Dann traf mich eine entsetzliche Erkenntnis. Ich beugte mich vor, hielt meine Nase an meine Achsel und meine Welt brach zusammen. Der Geruch war nicht mein Zimmer. Es war ich. Ich roch an meinen Armen, meiner Hand, sogar an meinen Beinen. Und mir wurde klar, dass jeder einzelne Zentimeter von mir wie ein Müllwagen roch. Ich duschte sofort nochmal. Ich schrubbte mich mit jedem Stück Seife und jedem Körperpeeling, das ich besaß. Ich schrubbte meine Haut so lange, bis sie knallrot war. Nach etwa einer Stunde kam ich in der Überzeugung raus, das Problem gelöst zu haben. Aber das hatte ich nicht. Ich hatte das Problem überhaupt nicht gelöst. Jetzt roch ich nach einem Ananas-Kokonuss-Lila-Rose-Lavendel-Fisch-Sandwich. In Panik und ohne zu wissen, was ich tun sollte, rannte ich hinaus, um meiner Mutter zu sagen, dass der Geruch von mir kam. Sie schnupperte einen Hauch von mir und sah aus, als wolle sie sterben. Sie sagte mir, sie würde mich zum Arzt zur Untersuchung bringen, um zu sehen, was los sei. Und ich fing an zu weinen. Ich wollte nicht zum Arzt. Ich wollte zur Party gehen. Meine Mutter machte für Montag einen Termin aus und sagte mir, dass ich mir für die Party eines ihrer stärksten Parfüms ausleihen könne. Sie sagte mir, die anderen würden es wahrscheinlich sowieso nicht merken. Und aus irgendeinem dämlichen Grund glaubte ich ihr. Als ich auf der Party auftauchte, sah ich toll aus. Aber ich roch wie eine alte Oma. Ich redete mir ein, dass ich zumindest nicht nach Fisch roch. Etwa eine Stunde lang war alles in Ordnung. Monika machte sich über mich lustig, weil ich wie ihre Oma roch. Aber ich büstete es ab, indem ich ihr sagte, das Parfüm sei ein Unikat aus Paris. Und sie hörte auf, sich über mich lustig zu machen. Ich begann mich Micha zu nähern und ich schwebte auf Wolke 7. Er war so süß, dass ich das Gefühl hatte, mein Herz würde zerplatzen. Wir saßen an einem Lagerfeuer und unterhielten uns und lachten. Aber dann fingen die Leute an zu fragen, was das für ein schrecklicher Geruch sei. Die Leute hielten sich die Nase zu und ich tat dasselbe. Aber das machte es für mich immer noch schlimmer. Meine verschwitzten Hände rochen wie ein Fischmarkt. Ich hielt die Fassade eine Weile aufrecht, aber die Leute fühlten sich wirklich unwohl. Sie sahen sich um und versuchten jemanden oder etwas zu finden, dem sie den Geruch zu verdanken hatten. Je mehr sie sich umsahen, desto nervöser wurde ich und desto schlimmer wurde der Geruch. In meiner Panik rannte ich zur Toilette. Ich versuchte meine Achseln im Waschbecken zu waschen und stürzte mich auf die Parfüms und Creme, die ich im Schrank fand. Aber als ich aus dem Badezimmer kam, standen alle von der Party im Flur. In dem Augenblick, als ich ins Bad lief, verschwand der Geruch und so begriffen sie es. Ich versuchte zu behaupten, dass ich es nicht war, aber Monika verdrehte die Augen. Sie wusste es. Micha stand da und sah zu, wie sich alles abspielte und er hielt sich angewidert Nase und Mund zu. Ich spürte, wie sich die Tränen in meinen Augen bildeten. Monika stieß mich zurück ins Badezimmer, hielt die Tür zu und sagte, ich solle duschen. Ich hörte alle kichern und mein Herz sank. Dies konnte nicht wahr sein. Ich versuchte, die Tür zu öffnen. Schließlich gab ich auf und kletterte durchs Fenster. Ich rief meine Mutter an, um mich abzuholen. Den nächsten Tag verbrachte ich weinend im Bett. Meine Mutter versuchte, mich zu trösten, aber ich merkte, dass sie kaum neben mir bleiben konnte. So übel roch ich. An diesem Tag blieb ich vier Stunden lang unter der Dusche stehen, bis meine Haut geradezu schrie. Am nächsten Morgen gingen wir in die Arztpraxis und alle, die im Wartezimmer waren, waren von meinem Geruch angewidert. Ich wollte mich in ein Loch verkriechen und verschwinden, aber selbst das war noch nicht so schlimm wie das, was dann passierte. Der Arzt ließ mich völlig abblitzen. Ich war in Tränen aufgelöst und erzählte ihm, wie sehr mein Zustand mich belastete. Und er lachte nur und sagte mir, kümmere dich einfach besser um deinen Körper. Ich hatte gehört, dass manche Ärzte schlecht waren, aber ich war noch nie einem begegnet, der derart unwissend war. Dummerweise glaubte ich ihm. Am nächsten Morgen stand ich vor der Schule um drei Uhr morgens auf, damit ich im Bad einweichen und dreimal duschen konnte. Als ich fertig war, war das Wasser eiskalt. Als ich zur Schule kam, wurde mir klar, dass meine Aktion nicht funktioniert hatte. Jede einzelne Person, an der ich vorbeiging, sagte, Iiiiih und hielte sich die Nase zu. Ich zog mir die Kapuze über den Kopf und wünschte, ich könnte einfach verschwinden. In einem der kleinen Klassenzimmer musste meine Lehrerin ein Fenster öffnen. Als das nicht funktionierte, bat sie mich in den Flur hinauszugehen. Sie sagte mir, ich soll ins Büro vom Rektor gehen, um meine Aufgaben zu erledigen. Wenn du nicht auf deine Hygiene achten willst, darfst du nicht in dieser Klasse sitzen und alle ablenken. Als ich zu erklären versuchte, weshalb ich roch, ignorierte sie mich. Anstatt ins Büro des Rektors zu gehen, stürmte ich nach Hause. Ich sah, wie die Social Medias mit Memes und Witzen darüber aufflammten, wie widerlich ich war. Die Leute sagten, ich würde mich nicht waschen. Sie erzählten sogar verrückte Sachen, wie dass mein Vater in Wirklichkeit ein Fischmensch sei. Ich beschloss, dass ich nicht mehr zur Schule gehen konnte. Meine Mutter sagte mir, ich müsse zur Schule gehen, aber ich weigerte mich und lag den ganzen Tag im Bett. Sie beschloss, mich in eine Ausbildung an einer kleinen Privatschule in der Nähe zu schicken. Es waren nur ein paar Stunden pro Tag, der Rest der Arbeit würde online stattfinden. Ich wusste, dass mich alle hassen würden, sobald ich dort ankäme. Und als ich reinkam, war ich mir fast sicher, dass sie es tun würden. Denn ich sah Audrey, das Mädchen, auf dem Monika und ich herumgehackt hatten, dort sitzen. Alle hielten sich die Nase zu, als ich hereinkam. Aber Audrey lächelte mich nur an. Während unserer Mittagspause fragte ich Audrey, wann sie hierher gekommen war. Es stellte sich heraus, dass das Mobbing in der 6. Klasse so schlimm wurde, dass sie beschloss, die Schule zu verlassen. Ich entschuldigte mich dafür, dass ich so gemein zu ihr war. Und sie zuckte nur mit den Achseln und sagte mir, es sei Vergangenheit. Ich war so verwirrt, warum sie nicht auf meinen Geruch reagierte. Doch dann erzählte sie mir etwas, das alles erklärte. Ihre Allergien machten ihr zu schaffen. Sie war die einzige Person, die mit mir sprach. Die einzige Person, die sich mir näherte. Und ich wusste, dass ich sie nicht verlieren durfte. Ich vermisste Gesellschaft so sehr. Ich erfuhr, dass sie gegen Baumpollen allergisch war. Ich bin nicht stolz auf das, was ich als nächstes tat. Aber jeden Morgen rannte ich in den Wald, schüttelte Bäume und wischte ihre Blätter ab und sammelte so viel Pollen wie möglich. Wenn sie nicht hinsah, rieb ich den Pollen auf ihren Schreibtisch, auf ihre Tasche, sogar auf ihre Jacke. Wochenlang waren ihre Augen geschwollen und rot, aber wir wurden gute Freunde. Trotz allem, was ich ihr angetan hatte, kamen wir uns immer näher. Und ich fühlte mich schrecklich, dass ich sie krank machte. Wie konnte ich das jemandem antun, der sich um mich sorgte? Ich dachte daran zurück, wie mich alle behandelt hatten und mein Herz sank. Ich konnte es mir nicht erlauben, meine einzige Freundin zu verlieren. Also rieb ich bei jeder Gelegenheit ihre Sachen mit Pollen ein. Einmal fragte sie mich, warum meine Hände so gelb seien, und ich wechselte das Thema. Ich wusste, dass ich nicht ewig so weitermachen konnte. Audrey sagte sogar, ihre Eltern wollten woanders hinziehen, wo es nicht so viel Pollen gab, damit sie nicht mehr krank sei. Als Audrey anfing, mich zu sich nach Hause einzuladen, wusste ich, dass ich irgendwann gehen musste. Ich hatte Angst, dass ihre Eltern mich rochen und mich fragen würden, warum ich so stinke. Ich hatte solche Angst, dass es mir wieder so peinlich sein würde, dass ich ihr jedes Mal sagte, ich sei beschäftigt. Eine Zeit lang funktionierte es ganz gut. Ich merkte, dass sie verärgert war, aber ich kam aus der Sache raus. Dann kam mein Geburtstag. Ich kam gerade aus der Schule, und Audrey wartete dort mit Luftballons auf einem Auto. Sie und ihr Vater wollten mit mir in einen Aquapark fahren. Sie hatten das mit meiner Mutter als Überraschung abgemacht. Ich flippte aus und sagte, ich fühle mich nicht gut. Und Audrey sagte mir, sie würde mich wenigstens nach Hause fahren. Logischerweise hätte ich einfach ins Auto steigen sollen, aber ich konnte mich nicht überwinden, es zu tun. Ich lief in den Wald hinunter und rannte vor ihr und ihrem Vater davon. Auf dem Weg in den Wald stürzte ich. Ich weinte zu sehr, um weiterlaufen zu können. Ich schämte mich so für meinen Geruch, schämte mich für das, was mit mir los war. Ich bemerkte nicht einmal, dass Audrey und ihr Vater auf mich zukamen, bis es zu spät war. Ich wusste, dass ich erwischt war, also platzte ich einfach heraus. Ich erzählte ihnen alles. Ich roch permanent nach Fisch und ich war der Grund dafür, dass Audrey krank war. Ich flehte ihren Vater an, nicht wegzuziehen, und ich flehte Audrey an, mit mir befreundet zu bleiben. Ich war schockiert, als ihr Vater sich vorbeugte und mir sagte, dass er Arzt sei. Ich brauchte mich für nichts zu schämen, sagte er. Ich war nicht schmutzig. Ich hatte nur eine Krankheit namens Trimethylaminurie. Es war eine äußerst delterne Krankheit, sodass viele Ärzte sie nicht verstanden. Ich hatte mich noch nie in meinem Leben so erleichtert gefühlt. Zu meiner Überraschung war Audrey nicht wütend. Sie wusste, wie grausam Menschen sein konnten, aber sie sagte mir, ich sollte inzwischen wissen, dass sie meine Freundin war und sich nicht um solche Dinge kümmerte. Ich spürte eine solche Last von meinen Schultern fallen. Audreys Vater half mir auf die Beine und zu meinem Geburtstag fuhren wir in den Aquapark. Er erwähnte nicht einmal meinen Geruch. Ich habe durch meinen Zustand so viel über Freundschaft und Freundlichkeit gelernt. Menschen, die gemein zu anderen sind, können auch gemein zu dir sein, wenn du sie am meisten brauchst. Letztlich sind es Menschen, denen mein Zustand egal ist, die ich in meinem Leben brauche. Jetzt bin ich älter und wohne direkt über einem Fischmarkt, sodass die ganze Straße nach Fisch riecht und nicht nur ich. Und so habe ich die beste Zeit meines Lebens.